hallo meine lieben heute wollte ich euch mal zeigen wie ihr eine karte mit einem ombre blending machen könnt und wie das ganze funktioniert das gucken wir uns gleich nach dem intro an damit ihr seht was wir heute machen werden das ist diese karte das ist mit einem stencil oder mit einer schablone und mit oxide distress oxide ink das so geblendet kein stempel drauf und so habt ihr wunderbar eine einfache karte gemacht wie das funktioniert das machen wir jetzt gleich für diese karte braucht ihr folgendes einerseits die basis karte die ist bei mir wie immer 21 cm x 14,8 cm gefällt es bei 10,5 cm dann habe ich für oben drauf drei karten die sind alle zehn zentimeter x 14,3 cm das heißt 0,5 cm kleiner dann habe ich eine schablone die habe ich selber mit dem plotter geschnitten so was könnt ihr auch kaufen natürlich wenn ihr nicht wisst wie ihr mit dem plotter selber schablonen schneiden könnt da mache ich euch ein video oben oder den link zum video oben rein dann ich werde mit der distress oxide ich habe hier stormy sky was ich verwenden werde und das blende ich jeweils mit zu einer blending brush dann habe ich ein stück einfach computer papier was ich jeweils verwende und das hinten drauf zu machen damit ich meine arbeitsfläche sauber behalten kann dann habe ich mikrofassertuch ich habe hier so ein papier um den das stencil oder den stencil oder die schablone sauber zu machen ich habe ein baby wipe und wir haben zwischendurch einen schritt entweder lasst es an der luft trocknen trocknen oder wenn ihr vom heat embossing die heat gun habt dann könnt ihr auch die verwenden um das zwischendurch kurz zu trocknen und dann werde ich auch noch stempeln dazu habe ich das stempel tool ich habe hier dieses stempel set mit so witzigen kleinen sprüchen und ich werde heute mit der ranger archival ink stempeln das ist das was wir brauchen und ich würde sagen wir starten mal ich nehme eines von diesen 14,3 x 10 cm karten und da mache ich jetzt den stencil so hin wie es mir am besten gefällt ich gucke einfach dass ich hier in der ecke dass das muster tendenziell hier in der ecke ist trotzdem von der blume alles drauf ist würde sagen so passt das für mich dann drehe ich das um und mache das hier kurz mit klebern fest einfach damit mir das nicht verrutscht und das lege ich dann eben auf dieses papier damit ich da wo ich über die ränder raus gehe nicht meinen arbeitsplatz einfärber dann könnt ihr ganz einfach die ink nehmen das blending tool und ich mache das jeweils so dass ich auf dem papier starte und dann also hier das ziel ist dass es hier dünkler ist eben dieses ombre es ist hier soll es dünkler sein und dann heller werden das heißt ich fange hier an zu blenden und gehen diese richtung und dann ist es hier ein komisch Untertitelung. BR 2018 Man kann ja auch immer wieder so einen Kontrollblick drunter werfen, ob das so passt, wie ihr das haben wollt. Dann nehme ich das hier ab der Folie weg oder die Folie weg. Und mache hier auch gleich diese Folie sauber. Und jetzt gehe ich, wie gesagt, kurz hier mit der Heatgang drauf, einfach damit es kurz trocknet. Was ich jetzt machen will, ist, ich gehe da nochmal drüber, ohne die Schablone, weil ich finde so, dass die Kontraste ein bisschen zu stark. Und deshalb werde ich hier aus der Ecke heraus nochmal mit dem Blending-Tool drauf gehen, aber nicht direkt mit auf die Karte drauf. Wirklich hier in der Ecke so anfangen und einfach in Kreisbewegungen so in diese Richtung gehen. Ich mache das kurz so, dass ich das hier festhalten kann. Und das ist das Ziel, das, was ich haben wollte. Dass es hier wirklich blau in der Ecke anfängt und ihr seht trotzdem die Unterschiede wunderbar, weil es eben vorher getrocknet hat. Und so habt ihr wirklich eine wunderbar schöne, schlichte Karte. Jetzt, bevor wir das Ganze zusammenkleben, will ich hier noch einen Spruch drauf haben. Und zwar nehme ich hier dieses Friendship isn't a big thing, it's a million little things. Den finde ich wirklich super süß. Und wenn euch das mit dem Schwarz zu stark ist, ihr könnt auch mit der Oxide draufstempeln. Aber da die Karte per se eh schon halt sehr schlicht ist, finde ich, das kann man wunderbar auch in Schwarz stempeln. Das heißt, ich lege mir den Stempel hier hin, wo ich den haben will. Ich gucke einfach, dass ich oben und von der Seite denselben Abstand habe. Jetzt habe ich das bei dem Stempelset immer so, dass es einige der I-Punkte nicht stempelt. Und da habe ich so einen Micron-Pen. Das ist auch eine Archival Ink. Und da kann ich die einfach nachträglich noch einfügen. Ich habe hier auch ganz ehrlich gesagt nicht nachgestempelt, sondern den wirklich geguckt, dass der eher leicht daherkommt, weil das passt dann auch besser zum Design der Karte. Und jetzt können wir das Ganze auch schon zusammenkleben. Ich verwende hier ganz normalen Zementit-Flüssigkleber. Einfach gucken, dass ihr da nicht zu viel Kleber drauf macht, damit sich das Ganze dann von vorne nicht wölbt. Und dann bringt ihr das Passgenau da drauf. Wenn das jetzt irgendwo nicht passt, hier unten bin ich ein bisschen drüber, dann könnt ihr das immer noch zurückschneiden. Und dann kommt das Ganze noch auf die Karte drauf. Da einfach gucken, wie sie aufgeht. Und das mittig drauf bringen. Und so einfach habt ihr eine wunderbar schlichte Karte gemacht mit diesem schönen Ombre-Look und einem kleinen Stempel. Ich finde die wirklich super süß und auch so schlicht, ich finde die wunderschön. Also von dem her freue mich da auch schon, die zu verschicken. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!